In diesem Video zeige ich dir die besten Handy-Tarife im Juli. Am Ende sage ich dir auch, welchen Vertrag ich nehmen würde. Schau dir das Video also bis zum Schluss an. Let's go! Beginnen wir hier mit sim.de und hier gibt es zwei richtige Knaller-Tarife, die eine extrem gute Preis-Leistung bieten. Zum einen kriegst du hier für 10 Euro einen 20 GB All-Net-Flat-Tarif, das heißt Flat-Internet, Flat-Telefonie und Flat-SMS und zum anderen kriegst du hier sogar 30 GB für 12 Euro monatlich. Und die beiden Tarife sind komplett identisch, sie unterscheiden sich nur im Datenvolumen und im Preis. Aber fangen wir mal von vorne an. 20 bzw. 30 GB Datenvolumen, das sollte für viele schon komplett ausreichend sein. Damit kannst du also problemlos, wenn du unterwegs bist, Videos in HD-Auflösung schauen, Sachen hochladen, Social Media nutzen, bis dir die Augen ausfallen, das sollte wirklich schon für viele ausreichend sein. Ich zum Beispiel brauche nicht mal 10 GB Datenvolumen im Monat. Also Preis-Leistung stimmen mir auf jeden Fall jetzt schon mal. Das Besondere ist aber, dass du hier die Wahl hast zwischen einer 24-monatigen Laufzeit, dann zahlst du einmalig einen 10-Euro-Bereistellungspreis. Du kannst aber auch monatlich kündbar wählen und dann zahlst du einmalig 20 Euro, aber kannst halt jeden Monat aus dem Tarif raus. Selbst wenn du dich aber für den 24-Monats-Tarif entscheidest, zahlst du nach 24 Monaten immer noch konstant den Preis, der hier angegeben ist. Es gibt also keine versteckten Kosten, der Vertrag erhöht sich nicht nach 24 Monaten. Das ist auf jeden Fall richtig stark. Die Rufnummer kannst du auch kostenlos und ganz simpel mitnehmen. Du klickst einfach hier auf Jetzt bestellen, wählst dann hier meine aktuelle Rufnummer mitnehmen aus, wählst dann hier, dass du die Rufnummer zum Ende des jetzigen Vertrages mitnehmen möchtest und kannst dann hier ein Datum angeben, wann dein jetziger Vertrag endet. Das geht sogar bis zu 120 Tage im Voraus. Das heißt, wenn du das hier so eingibst, wird dieser neue Vertrag erst aktiv ab dem Datum, das du hier angegeben hast. Du kannst dir aber jetzt schon dieses Angebot sichern. Der Vertrag ist im O2-Netz und ich bin auch selber Kunde bei sim.de seit vielen Jahren. Ich bin mega zufrieden. Der Kundenservice ist absolut top. Du kannst anrufen, du kannst den Vertrag upgraden. Das ist gar kein Problem. Innerhalb von einer Minute wird dir geholfen und es wird alles geregelt. Die Preis-Leistung stimmt dir also enorm. Falls du eins dieser Angebote haben möchtest, dann solltest du dich allerdings beeilen. Die sind zeitlich beschränkt. Die beide Angebote gelten nur für eine kurze Zeit. Ich verlinke dir die Deals in der Beschreibung. Falls du aber sagst, das O2-Netz gefällt mir nicht, dann habe ich jetzt auch hier einen richtig krassen Deal im Telekom-Netz. Und zwar kriegst du hier bei Freenet ein 50 GB All-Net-Flat-Tarif im Telekom-Netz. Das heißt, du hast hier auch Flat-Telefonie, Flat-SMS und Flat-Internet und zahlst hier monatlich 29,99 Euro. Aber du kriegst noch ein Samsung Galaxy S23 dazu. Das kostet einmalig 180 Euro. Dann zahlst du auch noch 20 Euro einmalig den Bereitstellungspreis. Aber du kriegst dafür wieder 150 Euro Cashback. Und wenn man das alles dann mal verrechnet miteinander, dann kommt man auf einen Monatsbetrag von nur 8,62 Euro für 50 GB im Telekom-Netz pro Monat. Das ist absolut geisteskrank. Es gibt aber einen Haken, das hat man sich schon gedacht. Und zwar ist das ein 24-Monats-Tarif und nach 24 Monaten steigt der Preis auf 46,99 Euro. Das heißt, du musst den Vertrag eigentlich sofort kündigen, sobald du ihn hast. Aber gut, das lässt sich ja einrichten. Ein weiterer Nachteil ist, dass es kein 5G gibt. Das ist also hier ein 4G-Tarif. Ich persönlich sehe das aber nicht als Nachteil, da ich mit 4G auch komplett klarkomme. Und als letztes ist es ein bisschen tricky, diese 150 Euro an Cashback zu bekommen. Wenn du das Geld nämlich haben willst, dann musst du zwischen dem 4. und 6. Vertragsmonat eine SMS mit dem Wort Cashback an die 61131 senden. Und nur dann kriegst du diese 150 Euro Cashback. Jetzt weißt du es aber und jetzt kannst du dir eigentlich so einen mega geilen Deal sichern. Aber ich denke, diese paar Nachteile, die kann man in Kauf nehmen. Denn dafür kriegst du einfach mal für 8,62 Euro im Monat 50 GB im Telekom-Netz. Deine alte Rufnummer kannst du natürlich auch kostenlos mitnehmen und eSIM ist auch möglich. Ist also hier alles dabei. Also das ist ja auch ein absoluter Mega-Tarif, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Wenn du den haben willst, solltest du dich unbedingt beeilen, denn der gilt nur noch 6 Tage und 8 Stunden. Ich verlinke dir natürlich auch in der Beschreibung. Kommen wir zum Schluss noch zu meiner Empfehlung. Ja, ganz klar, der Tarif bei sim.de, der ist natürlich schön und gut. Das ist, sage ich mal, die einfache Lösung. Hier kriegst du einen guten und günstigen Tarif im O2-Netz. Aber ich denke, wir sind uns alle sicher, ein 50 GB All-Net-Flat-Tarif im Telekom-Netz für 8,62 Euro im Monat gibt es nicht alle Tage. Und deswegen ist das hier ganz klar meine Empfehlung. Natürlich ist es mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber ich denke, die Kündigung und das Cashback, das kriegst du alles hin. Mach dir am besten zwei Reminder im Kalender und dann hast du einen richtig krassen Tarif mit dem Galaxy S23, was ja auch ein spitzen Smartphone ist. Und das kannst du natürlich auch verkaufen. Also deswegen meine Empfehlung, hol dir den Freenet-Tarif mit 50 GB All-Net-Flat im Telekom-Netz. Sei aber schnell, der Vertrag geht nur noch 6 Tage. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Welchen Vertrag holst du dir? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like und abonnier meinen Kanal, damit du auch in Zukunft keine spannenden Smartphone-Videos verpasst. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind-the-Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du hier links klicken, da kommst du zum Freenet-Tarif oder klicke hier rechts für mein Smartphone-Kaufberatungs-Video im Juli. Los, klick drauf, es lohnt sich.